Herr Erdogan, in vielen Ländern Europas ist das Armutsrisiko auf einem historischen Tiefpunkt. Freuen Sie sich für uns und haben Sie nicht Sorge um Ihr persönliches Vermögen beim aktuellen Verfall der türkischen Lira? Persönliches Vermögen in Lira, das Geld meiner Familie und meins ist in Sicherheit alles in Euro angelegt. Wenn du auch nicht möchtest, dass dein Erspartes einfach vom Staat verspielt werden darf, na dann, wir wählen am 26. Mai sind Europawahlen.